So, wir sind hier bei den Wild Bakers und das hier ist der Wild Jörg Schmidt. Kannst du uns mal kurz erklären für die Hausfrau zuhause? Wie mache ich das leckerste, frischste und knusprigste Brot? Man arbeitet hier mit vier Zulagen. Wir brauchen nicht mehr Wasser, Hefe und Salz. Und Liebe. Reinheitsgebot, wenig zu vergessen. Die Männer vergessen die Liebe nämlich mal schnell, ne? Wichtig beim Backen ist immer auf so einen Backstein. Und das kann man dann direkt in den Backofen legen? Das kommt so direkt in den Backofen. So, dann brauchen wir so einen Stein. Und was hast du hier alles? Öl, Eigelb? Mit Lieböl. Das kann man hier noch im Ofen sehen. Wir haben auch einen Nusszopf gebacken. Dann brauchen wir das Eigelb. Mit dem Zopf. Kenn ich mich aus. Guck! Was machen wir? Ja! Das hab ich gewusst. Boah, endlich mal einer, der mir was zu essen anbietet. Das hab ich mir noch gedacht. Weil ich so fett aussehe, oder was? Nein. Du siehst aus irgendwie nicht so. Backen ist sexy. Oh, das wird aber sehr gut. Was kostest du die Stunde? So einfach mal halb Minuten. Wir kommen mit dem Torschau. Du siehst du Так? Ich würde wissen, dass du siehst. Boah, ich komme am 2-0 p fanschen. casi diesen Schritt in demˇten habe. Wir wollen einmal unterbremsen. Vielen Dank.